Wir helfen dabei in vielfältiger Form durch passgenaue Finanzierungsprodukte, durch ganz individuelle Beteiligungskapitalfinanzierungen, von der Seed-Finanzierung bis zur Later-Stage-Finanzierung. Aber das Beteiligungskapital richtet sich nicht nur an Start-ups, sondern eben auch an den Mittelstand, damit der eben wiederum auch kapitalintensive Innovationen voranbringen kann. Und nicht zu vergessen eben Beratungs- und Coachingleistungen, die wir erbringen. Untertitelung des ZDF, 2020